Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Da das letzte Reaktionsvideo so gut bei euch ankam und ich total tolles Feedback bekommen habe, dachte ich, ich reagiere heute mal auf mein zweites Video. Das war der erste Frauenarztbesuch, da habe ich so ein bisschen gevloggt und danach eben erzählt. Genau, und ich würde jetzt einfach mal darauf reagieren und wünsche euch bei dem Video ganz, ganz viel Spaß. Wenn ihr eine andere Reaktion wollte, also ein anderes Reaktionsvideo, dann schreibt mir gerne den Videotitel von dem Video in die Kommentare und dann mache ich das auch gerne mal. Ich finde es nämlich selber einfach total spannend, die alten Videos nochmal anzuschauen und zu reflektieren und einfach darauf zu reagieren. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir erstmal mit diesem Video. Viel Spaß. Aber so, ich schaue das Ganze mal wieder auf meinem Handy und wünsche euch viel Spaß. Ich füge euch das Ganze dann schon wieder ein. Schauen wir mal. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Der erste Vlog hier auf diesem Kanal. Krass. Ja, wir fahren heute zum Frauenarzt. Heute ist Freitag. Können wir einmal darüber reden, wie ich aussehe? Also, ich habe mich ja dermaßen verändert. Allein diese übertrieben blonden Haare, die habe ich mir damals ja mal gefärbt. Das hier ist jetzt meine Naturhaarfarbe. Voll krass. Ja, gut. Und die Zahnspange ist auch der Hammer. Aber gut. Und endlich unser erster Frauenarzttermin. Und wir nehmen euch natürlich mit. Wir fahren jetzt gleich in einer Viertelstunde irgendwie los. Und dann fahren wir, denke ich, eine halbe Stunde. Und dann suchen wir auch einen Parkplatz. Und dann sind wir auch relativ pünktlich. Ja, und dann schauen wir nicht mehr auf Toilette gehen jetzt, obwohl ich schon wieder muss. Weil dann müssen wir bestimmt einen Urin-Test machen und so. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Aber ich weiß noch, ich war so unglaublich aufgeregt. Ich konnte tagelang davor nicht schlafen. Und jeden Tag habe ich gedacht, okay, neun Tage noch, acht Tage noch. Es war einfach so krass. Weil man natürlich auch nicht wusste, ob alles in Ordnung ist. Ich war da ja schon in der achten Woche. Und musste vier Wochen auf einen Termin warten. Das war schon krass. Aber nicht lange schlafen. Ich habe mich schon angezogen. Ich habe so ein T-Shirt und Leggings. Eigentlich ruhig eine kurze Hose anziehen. Ich glaube, ich habe keine da. Und mit dem Kleid ist, denke ich, ziemlich blöd mit dem Traum. Einige sagen, das ist total praktisch mit dem Kleid. Aber wenn sie doch einen Bau-Ultraschall machen, weil das denkt... Warum labere ich so viel? Ich labere so viel unnötigen Scheiß, ey. Eine Minute schon labere ich einfach mit dem Mist. Das ist doch nicht doof. Na gut. Und vaginal unterschreitend kann ich mich einfach rausziehen. Super, wir sind im Auto. Und es ist schon noch so gelegt. Ich glaube, das wird... Für alle, die sich gerade wundern, warum wir da ein Kind hat es drin hatten. Ich glaube, wir haben ein paar Tage davor... ...ein Kind transportiert. Deswegen war da der Kind hat es drin. Und hinter mir sitzt übrigens meine Schwester. Nicht, dass ihr euch wundert. Ich glaube, das habe ich erzählt. Nicht sehr pünktlich da. Also nicht sehr pünktlich, sondern gerade rechtzeitig. Schauen wir mal. Ich habe meine Tabletten mitgenommen, also die Vorsorge und meine Schilderinnen-Tabletten, weil ich dann auch fragen muss, ob ich da eine Erhöhung brauche, was die Schilderinnen-Tabletten angeht. Oder allgemein, dass sie weiß, welche Schilderinnen-Tabletten ich nehme. Wie meine Schwester so um den Sitz guckt so um. So, wir sind da. Halt was gesucht und jetzt müssen wir noch ein bisschen laufen. Zum Vorderstil. Und wir sind natürlich schon auf heute. Das ist gut. Gleich noch hochlaufen und dann sind wir 10 Minuten vor der Zeit. Ich dachte, das macht das pünktlich, Karolik. Oh mein Gott, Leute. Ich schäme mich gerade so für mich selber nicht. Das ist so verrückt. Und vor allem, dass ich einfach so frei in der Öffentlichkeit filme. Also damals hatte ich da nicht so das Problem mit, aber jetzt bin ich da total penibel. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich musste mal gucken, okay, was denken die anderen, wenn ich da auf einmal mit der Kamera durch die Gegend laufe. Ja. Was tut das? Ja, bitte. Ja. Diese Szene hätte ich mir auch klemmen können, oder? Also dieses Gewackel da und dieses Gespräch, was auch immer wir da gerade erzählt haben. Das wäre so etwas Typisches, was ich jetzt rausschneiden würde. Ja. Ich freue mich, dass das so schrillt, so laut. So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause. Da waren wir bereits wieder zu Hause, wie man sieht. Schauen wir mal, was das Update sagt, die letzten sieben Minuten. Und es ist auch schon ein bisschen länger her, aber ich hatte einfach keine Zeit, das Video zu Ende zu drehen. Und deswegen drehe ich das jetzt hier zu Ende ganz spontan und wollte euch natürlich erzählen, was und wie es bei Frauenhauts gelaufen ist. Wir haben unsere Mutter ausbekommen. Genau. Ich finde es einfach so krass, wenn man überlegt, dass dieses Baby jetzt auch bei mir im Schlafzimmer liegt und gerade ihren Mittagsschlaf macht. Es ist einfach so Wahnsinn. Es ist einfach immer wieder ein Wunder, finde ich. Das ist so was, wirklich so ein Miniziller, einfach so ein kompletter Mensch, der jetzt hier durch die Gegend rennt und brabbelt und jeden Tag was Neues lernt. Es ist einfach, ich begreife es immer nicht, also irgendwie, das kommt einem immer so unwirklich vor, finde ich. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, aber ich finde das ist einfach so, einfach so krass. Also einfach so, ja. Das wollte ich euch auch gleich alles zeigen. Ein Wunder. Wir haben jetzt Google, wir haben zwei Tage korrigiert. Das heißt, am Freitag waren wir in der siebten Woche und jetzt sind wir aber seit gestern in der achten Woche. Also einfach nur mit zwei Tagen korrigiert. Das ist gar kein Problem. Das Baby ist oder war am Freitag 0,68 Zentimeter groß. Das ist auch in Ordnung. Auf dem Ultraschall haben wir total viel gesehen. Das sieht zwar auch wie so ein kleines Häufchen-Elend. Ja, wir haben die Augen gesehen. Also man hat so kleine Schatten schon gesehen. Da hat man den Kopf ganz gut gesehen. Den noch vorne entspannt haben wir gesehen. Und den Dotter sagt natürlich, das hat man ungefähr alles gesehen. Und natürlich auch den Herzschlack. Man hat einfach nur dieses Vibrieren oder Pochen gesehen. Hören konnten wir es leider nicht, weil die Frauenärztin anscheinend ziemlich im Stress war. Das fand ich auch irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Genau, ich habe total Schwierigkeiten mit meiner Frauenärztin gehabt und habe sie nach dem Termin auch gewechselt. Also ab dem nächsten Termin war ich dann bei einer anderen Frauenärztin, weil sie mir von Anfang an geraten hat abzutreiben. Und ich habe mich da einfach nicht wohl gefühlt und dementsprechend habe ich dann gesagt, ich möchte gerne wechseln. Bin aber in der gleichen Praxis zu einer anderen Kollegin gegangen und die war einfach um 180 Grad was anderes. Die Frauenärztin war einfach der Wahnsinn. Die hat sich so viel Zeit für mich genommen, hat mir alles tausendmal erklärt, hat alle Fragen beantwortet. Und ich hatte teilweise Ultraschallung von über einer Stunde, weil sie sich so viel Zeit genommen hat. Und ich bin super froh, dass ich wieder zu ihr kann, wenn ich nochmal schwanger bin. Also ich liebe diese Frauenärztin. Einfach, weil sie einfach anscheinend weiß, dass sowas, also ein Ultraschall für eine Frau, die gerade schwanger ist, einfach was so Besonderes ist. Und ja, das finde ich einfach total toll. Und meinen großen Respekt, dass sie das trotzdem ganz in Stress und so in der Praxis so machen kann. Sie war sehr kurz gebunden und hat sich überhaupt nicht für uns gefreut. Sie hat mich erstmal gefragt, ob ich sie überhaupt austragen möchte. Und ja, das war alles sehr, sehr komisch. Aber auf jeden Fall haben wir unseren Mutterpass bekommen. Wir sind da richtig, richtig süßen Hülle drum. Und von hinten sieht der so aus. Und dann haben wir richtig viel Infomaterial bekommen. Aber ich glaube, das müssen die einfach verteilen. Einfach über gewisse Sachen, zum Beispiel Mundpflege der Mutter oder verschiedene Krankheiten. Alles sowas haben wir halt Sachen bekommen. Und dann haben wir jetzt noch so einen kleinen, das habe ich auch hier im Mutterpass drin, so einen kleinen Zettelhaufen von der Praxis direkt. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel einen Zettel. Ich möchte jetzt ungern meinen Frauenarzt zeigen. Mit den ganzen Preisen. Denn vieles ist ja, hier kann man ja individuell machen. Hier heißt es auch individuelle Gesundheitsleistung während der Schwangerschaft. Zum Beispiel die Nackenfalkenmessung kostet 90 Euro. Kann man noch eine Zelle bekommen, wo eben draufsteht, was... Genau, die Nackenfalkenmessung haben wir ja machen lassen. Das habe ich auch selber bezahlt. Das hat unsere Krankenhasse leider nicht übernommen. Und genau, das war wunderschön. Allein dieser Ultraschall war mir diese 90 Euro wert. Es war einfach ein traumhafter Ultraschall. Also wir haben ja auch das Geschlecht dort erfahren. Weil die Geräte waren einfach so bombastisch. Du hast alles gesehen vom Kind. Obwohl das Kind, ich glaube, es war vier Zentimeter groß da. Es war einfach unglaublich. Also wirklich. Da gibt es, glaube ich, auch ein Video zu. Zum Erstsemester Screening. Oder, ja, ich glaube, genau so heißt das Erstsemester Screening. Es war einfach wunderschön. Wirklich. Was man machen kann, wenn man krank ist. Also wenn man zum Beispiel eine Grippe hat. Welche Tabletten darf man nehmen? Wie sollte man vorgehen als Schwangere? Und wie viel von welchen Tabletten darf man nehmen? Das haben wir hier so alles stehen. Das finde ich auch richtig gut. Weil da habe ich mich schon oft gefragt. Ja, was darf man eigentlich nehmen? Darf man überhaupt Paracetamol oder so nehmen? Weil ich nehme ja immer, wenn ich zum Beispiel fieber, immer Paracetamol. Und das darf man. Also man darf zwei bis drei Tabletten Paracetamol am Tag nehmen. Ist auch ganz cool, dass da drin steht sozusagen. So, und dann haben wir hier. Da muss ich wirklich sagen, das finde ich wirklich gut, dass man da halt aufgeklärt wird. Also das habe ich mich wirklich damals gefragt. Weil man ja auch nicht weiß, okay, was darf ich nehmen? Was schadet dem Baby und so? Also das fand ich echt cool, dass man da so einen richtig großen Zettel hatte, was man alles nehmen darf. Da waren auch andere Medikamente drauf. Und ja, alles mit Dosierung und sowas. Fand ich top. Nochmal ein Pluspunkt für meine Frauenarztpraxis. Natürlich das erste Ultraschallbild. Das zeige ich euch jetzt auch mal. Das haben wir schon tausendmal kopiert und an jedem verteilt. Ja, tatsächlich hängt das bei meiner Schwester sogar immer noch im Schlafzimmer. Also auf ihrem Nachtschrank steht das immer noch. Weil wir das wirklich jedem gegeben haben. Weil wir einfach so unglaublich stolz waren. Genau, mein Nachnamen müsste ich so schlimm, falls euch das irgendwie beruhigt jetzt. Also das ist dieses Ultraschallbild. Und das ist natürlich Fruchttölle. Das hier ist das Baby von hier bis hier. Das ist das Dicke da. Und das hier unten ist im Endeffekt der Dottersack, was man da dann noch so extra sieht. Genau, so sieht das Ganze aus. Hier sieht man nicht so viel drauf, aber auf dem Ultraschall, also auf dem großen Gerät, hat man total viele gesehen. Auch der Dottersack war viel ausgeprägter und so. Und hier war es eben, da kann ich mich zum Beispiel gar nicht mehr drin erinnern. Also ich habe immer nur dieses Ultraschallbild im Kopf. Aber wie das da so in der Praxis war, keine Ahnung, kann ich mich gar nicht mehr drin erinnern. Wie gesagt 0,68 cm und sechste Woche plus vier Tage ist ja siebte Woche. Und genau, das Ganze war am 3.8. Und dem Baby geht es soweit gut. Den nächsten Termin haben wir am 15.8. Da wird dann der Geburtstermin festgelegt. Obwohl wir auch zwei Tage zurück korrigiert wurden, ist der Termin immer noch der 22.3. bis jetzt. Und am 18.9. haben wir dann das Erstsemesterscreening wegen Nackenfaltenmessung und so. Das bezahle ich selber. Das muss man auch selber bezahlen. Wie wurde schon gesagt, das kann man irgendwie bei der Krankenkasse wiederholen, sozusagen das Geld. Aber wenn nicht, ist es mir auch egal. Ich mache das in jedem Fall selber. Denn dann habe ich hier noch ein paar Sachen eingetragen. So wie der erste Termin war, was ich gewogen habe. 44,8 habe ich gewogen. Und dann auch, dass ich korrigiert habe. Ich war so unglaublich schlank in der Leute. Und ich habe mein Gewicht einfach komplett wieder zurück. Es ist einfach ein Wunder, wirklich. Ich kann es immer nur wieder sagen, dass wir Frauen einfach so ein Kind gebären und danach wieder meistens vielleicht nicht immer, aber so aussehen wie vorher. Das ist so krass. Und am Anfang der Schwangerschaft habe ich immer gedacht, oh, scheiße, wenn ich nachher aussehe, wenn ich mein Gewicht nicht wieder kriege und so. Ich habe mir so krass Sorgen gemacht. Und jetzt ist es mir so egal. Also mir war nach der Geburt, also ich hatte Lia im Krankenhaus auf dem Arm und habe zu viel gesagt, ey, scheiß da auf meinen Bauch, ne? Scheiß drauf. Weil ich hatte ja immer noch so eine kleine Kugel da. Nach der Geburt ist es völlig normal. Ich habe gesagt, scheiß drauf, ey. Ich habe mir so ein Baby zur Welt gebracht und scheiß drauf, dass ich unten gerissen bin und da jetzt voll die fette Narbe habe mein ganzes Leben lang. Scheiß drauf, dass meine eine Schamlippe komplett zerfetzt ist, ey. Aber man hat einfach ein Baby auf die Welt gebracht, ne? Das ist einfach was so Wunderschönes. Und, ähm, ja, da sollte man nicht auf sowas achten, zum Beispiel. ... wurde, dass man die Herztöne gesehen hat und, äh, dass sonst alles in Ordnung ist. Dass ich Folie vornehme und so ein Kram, das haben wir auch als, und dann haben wir hier noch, oder durchfohlen Besuchungen haben wir auch noch, dass korrigiert wurde, dass, äh, dass, äh, dass der Embryo sichtbar ist, dass es Herztöne hat, dass es, äh, ob es denn Zwillinge sind, das sind es nicht. Ich, ähm, hab mich ein bisschen gewundert, warum das noch so klein aussieht, aber es soll wohl normal sein, beziehungsweise wurden wir ja extra zurück korrigiert, was die Größe angeht von dem... Tatsächlich wurden wir beim nächsten Termin nochmal um vier Tage korrigiert, das heißt insgesamt um sechs Tage korrigiert. Ähm, ja, und im Endeffekt kam Lia trotzdem zwei Wochen zu früh. Also man sollte da nicht so einen Wert drauf legen, auf diese, äh, auf dieses Korrigieren, ähm, weil Lia einfach im, im, so Mitte der Schwangerschaft, war sie einfach viel zu groß für die Schwangerschaftsurreise. Sie war am Anfang halt einfach ein bisschen kleiner, ein bisschen zieliger und dann nachher hat sie es einfach locker wieder aufgeholt und ist dann, wie gesagt, auch zwei Wochen zu früh gekommen, ohne, ähm, Käseschmieren und alles. Also sie war völlig komplett fertig und, ähm, die Hebamme hat auch gesagt, also das hätte man eigentlich nicht korrigieren müssen. Aber es ist halt am Anfang so, dass wenn die Kinder einfach nicht einen gewissen Standard entsprechen, sozusagen, dass man eben korrigiert wird oder manchmal sogar auch, äh, vorkorrigiert wird. Wie gesagt, ich wurde insgesamt um sechs Tage korrigiert. Lia kam aber 14 Tage zu früh, also... Da sollte man nicht so einen drauf geben und ich hab mir da so viele Sorgen gemacht, dass Lia viel zu klein ist und im, nachher wurde mir ja auch gesagt, Lia wird auf jeden Fall ein Frühchen, die wird viel zu klein und hab ja auch Tonnen von Frühchenschleidung gekauft und im Endeffekt war sie völlig normal, zwei Wochen zu früh und trotzdem über drei Kilo und 50 Zentimeter. Also macht euch da keinen Stress, wenn ihr in der gleichen Situation seid. Das ist einfach immer nur so eine, ja, so eine Standardmessung halt, ne? Baby. Aber ich hab gedacht, man sieht mehr schon in der 8. oder der 7. Woche. Aber ist das so? Ich bin super glücklich, dass alles in Ordnung ist und dass wir das erste Bild bekommen haben. Ja, übrigens gab es ganz, ganz viele Kommentare zu den Sternen im Hintergrund und zu der Wolkenwand. Ähm, ja, da kamen ganz viele blöde Kommentare, weil ich ja erwachsen bin und dann in so einem Zimmer lebe. Das war vorher ein Babyzimmer und wir haben ein paar Tage vorher das alles umgebaut und, ähm, ja, dementsprechend hatte ich da halt noch diese Wand, sozusagen. Ähm, genau. Also ich... Es war halt vorher einfach ein Babyzimmer. Ich hab so jetzt auf allen Leuten erzählt. Also das wissen alle. Und ich glaub, das war alles, was ich sagen wollte. Mir geht's heute, äh, richtig schlecht wieder. Ähm, die Übelkeit hat mich voll im Griff. Ich hab ein paar Zaubermittel entdeckt und entwickelt, aber alles hilft dann doch nicht. Mir fällt auf, dass ich so viel schlafen muss. Also Mittagsschlaf muss jetzt immer sein, sonst bin ich einfach unerträglich und ich halte es auch selber nicht mehr aus. Mir geht's ab dem Mittag so... Das... Da kann ich mich einfach gar nicht mehr dran erinnern, ne? Wenn mich jetzt jemand fragt, ob ich, ähm, Übelkeit hatte oder so, sag ich immer nö. Weil ich kann mich nur einmal dran erinnern, dass ich mich fast übergeben hab, aber sonst kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Nicht mal beim Autofahren oder sowas. Also... Das ist so krass, wie man mich schnell mal das einfach vergisst, so. Also ich hab... Also ich... Wenn ich jetzt von meiner Schwangerschaft rede, von Lia, kann ich sagen, ich hab ne Traumschwangerschaft gehabt. Das war einfach wunderschön, ich hätte gar keine Probleme. Aber ich glaube, wenn man nochmal zurückdenkt, dann, ähm... Ja, hatte man erst recht so gegen Ende schon ein paar Probleme, aber... Ja... Ist irgendwie ganz komisch, gerade das so zu sehen, dass ich sage, oh, mir geht's so schlecht, ich muss immer Mittagsschlaf machen, aber... Ich glaub, man vergisst das einfach mit Absicht, weil sonst würde es keine Geschwister geben. Schlecht, dass ich einfach schlafen muss und dann geht's mir erst besser. Genau, dann wollte ich noch was sagen, genau, wo ich hier gerade meine Tabletten sehe. Ich hab hier neben meinem Bett, neben meinen Tabletten stehen, einmal nehme ich ja Folie vor, das habt ihr ja schon mal in dem Update gesehen. Das sagt sie auch, was das Beste, also mein Trommanatzen sagt, das ist das Beste, was man nehmen kann. Und dann habe ich eine Risikoschwangerschaft, weil ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe. Das ist auch eingetragen als Risikoschw... Das ist keine Risikoschwangerschaft gewesen, wegen meiner Schilddrüsenunterfunktion, sondern weil ich noch 18 war und bis 20 sind automatisch Risikoschwangerschaften. Ja, und dann ab 35, glaube ich, wieder oder 40 ist es auch wieder eine Risikoschwangerschaft. Also es hat nichts mit meiner Schilddrüsenunterfunktion zu tun gehabt. War auch alles in Ordnung mit der Schilddrüse. Ich musste nur neu eingestellt werden, aber das ist ja auch kein Thema gewesen. Und zwar nehme ich diese Tabletten hier und ihr seht, das waren die L-Tiroxin 25. Das ist fast gar nichts. Also ja, das ist fast nichts gewesen. Ich hatte halt nur so eine leichte Unterfunktion. Ja, und das müsste eben eingependelt werden, ob ich das Doppelte brauche, ob die Menge reicht und alles. Ich glaube, ich wurde während der Schwangerschaft nochmal neu eingestellt. Ich musste ja alle paar Wochen immer zum Blutabnehmen. Das war so nervig, weil Blutabnehmen ist nicht so mein Ding. Ich glaube, ich habe nachher 50er genommen, aber auch das ist immer noch völlig in Ordnung. Das ist eben eine Risikoschwangerschaft, was mich jetzt total stört und total viel Angst macht. Aber ich denke, das kriegen wir schon. Das ist halt nur eine Schilddrüse-Unterfunktion. Und wir haben Blut abgenommen natürlich für Toxoplasmose. Das wird jetzt getestet, aber ich glaube, das ist negativ. Das hätten wir mich schon angerufen. Die haben gesagt, die melden sich, wenn irgendwas auffällig ist im Blut. Und ja, ich glaube, das war's. Ich würde es jetzt hier aufbauen. Ja, das war's, Leute. Ja, und das war's dann auch schon mit dem Reaktionsvideo. Also es ist immer wieder krass, sowas zu sehen. Und ja, manchmal macht es mich schon ein bisschen sprachlos, was ich da so in die Welt posaune. Aber man war halt immer jung, ne? Über gewisse Dinge denkt man auch anders und gewisse Dinge würde ich auf jeden Fall anders machen, wenn ich nochmal das Neue machen könnte. Aber gut, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wie gesagt, wenn ihr noch ein Reaktionsvideo wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wie gesagt, mit dem Titel dazu. Dann schaue ich mir, schaue ich mal, ob wir das hinkriegen. Ich denke aber schon. Und wenn ihr allgemein ein Video wünscht habt, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Dann mache ich das gerne. Und genau, dann wünsche ich euch einfach ein ganz, ganz wundervolles Tag. Schreibt mir gerne eure Reaktionen auf das Video in die Kommentare. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann ganz, ganz bald wieder. Tschüssi!